Jo, normalerweise kommen meine Videos aus meinem Kopf, aber heute gibt es ein anderes Video aus einem anderen Kopf. Oh, was ist? Was muss ich heute für Lieder treten? Irgendwas mit einer Freundin. Sie liegt so auf der Couch, ob ihr ins Kino gehen wollt und dann wird es halt daraus ein Streit. Gurken auf den Augen. Ja, ja, genau. Oh, Schatz, sie ins Kino. Du musst ja wieder zahm Geld aufs Kino. Er hat schon was mit seinen Jungs aufgemacht. Dann sagt er. Ja, ich wollte halt mal nach deiner Meinung fragen. Das macht gar keinen Sinn, aber das sagen wir so. Ja, warte, 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 ich frage mal ganz kurz. Lisa, was machst denn du heute Abend? Der Wahnsinn, was du heute Abend machst. Hast du mich gerade Lisa gemacht? Oh. Ich könnte nochmal wieder ins Kino gehen. Weil die Jungs haben auch gefragt, ob ich was machen will. Ja, was fragst du mich denn überhaupt, was ich machen will, wenn du eh schon was ausmacht hast? Ich wollte dich halt nach deiner Meinung fragen. Kannst du mich jetzt mal bitte auflegen? Ich rufe dich gleich nochmal zurück. Ja, und sie muss gerade meine Freundin fragen. Und jetzt stehe ich, wenn er da wieder auffragt. Och, Lisa. Komm, dann geht er. Ja, bis dann. Gehst du jetzt wirklich? Ja, freilich, die Stimmung ist eh im Keller. Dann kannst du dir ja heute Nacht dein Bett teilen, mit der schlechten Laune unten im Keller. I have verloren. I go in bed now. Komm, geh. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Genau. Jetzt ist es weggegangen.